Hallo, Jeppe Hain, guten Tag. Wir begrüßen dich in Hessen. Du hast ja in der Städel-Hochschule in Frankfurt studiert. Hast du denn noch Wurzeln in Hessen? Ich habe meine erste Inspiration und meine ersten Kunstwerke hier in Hessen gemacht. Und das hat viel gebracht in der Städel-Schule und bei Kasper König damals zu studieren. Diese Energie habe ich mitgebracht in den Rest meiner Arbeit in den letzten Jahren. Wir stehen hier vor dem neuen Bild. Wie heißt das denn und welche Idee steckt dahinter? Das heißt Breathing Watercolor. Das ist eine längere Idee. Das hat vor neun Jahren angefangen, wo ich mein Leben neu anschauen muss. Ich habe einen Zusammenbruch, ich habe einen Burnout komplett. Ich habe viele Jahre um die Welt gereist, meine Sachen zu machen. Ich habe Liebe, ich habe Anerkennung, Erfolg gesucht außerhalb mir selbst. Und plötzlich war das einfach zu viel. Da habe ich so viel Angst bekommen, dass ich mich lange zurückziehen musste. Und da habe ich angefangen, ganz langsam so kleine Striche zu machen. Also einfach ein Einatmen mit einem Aquarell und dann Ausatmen. Eigentlich meine Atmen zu kontrollieren, dass meine Gehirne auch irgendwie eine Balance bekommen, weil das kann man dann zusammenhängt. Da habe ich angefangen, Yoga und Meditationen und Atmungsübungen zu machen, einfach in Balance zu bekommen. Diese Atmungsstriche, die hier hinten ist, hat dann sie weiterentwickelt. Für die kleinen Striche von tausend von denen habe ich weiterentwickelt, dass die Museumswände, diese großen Striche von meiner Atmen, das kommt eigentlich von einem Einatmen. Ich mache einen langen Strich und dann Ausatmen und die nächste Striche. Neulich habe ich weiterentwickelt, dass sich auch die Striche oder die Pinsel weitergeben zu anderen Leuten, dass einfach, dass die, sagen wir mal, die Wand wird bemalt von den Besuchern von anderen. Das machen wir nicht hier, dann bekommt ihr meine Atmung und Inspiration für, wie man eigentlich Atmen im Leben. Das ist ja so, unser erstes Einatmen ist, wann wir geboren und unser letztes ist, wann wir starten. Und die zwei, zwischen die zwei, da haben wir unter sich, die leben. Das hängt einfach zusammen. Das heißt, wir haben in unserem Atmen, das hängt einfach zusammen. Das ist eine große, sagt man, ich würde sagen, fast Kunstwerk, das sie hier probieren zu erzeugen, dass einfach alle sind viel mehr bewusst über ihr Atmen in ihrem Alltag. Und darum lade ich auch Leute ein, zu Hause oder hier oder oben im Büro, einfach zu probieren. Wie ist das einfach, wenn man einen Pin und einen kleinen Pinsel, ein kleines Trick und seine unsichtbare Atmen wahrnehmen und sichtbar machen. Das kann viel was bringen, so ein Stress im Leben. Speziell, weil wir nur hier, normalerweise atmen wir nur hier bis Solaplexus, also ein Drittel von unserer Lungenkapazität, benutzen wir nur. Das heißt eigentlich auch, dass wir nur ein Drittel von unserer Lebensenergie, weil unser Atmen ist unser Leben, glaube ich. Und glaube ich auch, wenn wir nicht atmen, die nächsten paar Minuten, da sind wir einfach woanders im Leben. Und da glaube ich, dass wir, wenn wir richtig runter im Bau atmen, ich habe so einen Schokoladebau, da unten zu atmen, dann werden wir einfach viel mehr Lebensenergie und viel mehr Freude haben im Leben. Viele Mitarbeiter werden jetzt denken, das hast du in blau gemalt, weil die Hausfarbe der R&V blau ist. Aber ich glaube, das malst du immer in blau, ist das richtig? Und wenn ja, warum? Ja, das ist ja ein schöner Zufall. Aber ich glaube auch nicht auf Zufälle, das ist ja sowieso so. Aber ich glaube, dass die blaue Farbe kommt einfach vom Anfang an, weil ich blau bemalt habe. Ich habe die Himmel, die Wasser, die Ocean, meine Augen. Blau ist einfach meine Lieblingsfarbe und die Farbe finde ich da einfach dein Herz öffnen, dein Neugierig machen und das einfach das Leben so beeinflussen, glaube ich. Und das, warum habe ich die blau? Und dann der Zufall ist, dass die Farbe hier in der Besicherung auch blau ist, ist ja ein Plus, würde ich sagen. Das zweite Werk, was du hier gemacht hast, heißt Five Smiles for You. Willst du die Menschen fröhlich machen? Ja, das würde ich sehr gerne. Ich glaube einfach, dass es ja fünf Ballons da hier hängen. Ich glaube, dass ein Lachen zu jemand anderem ist sehr wertvoll. Ich glaube, wir sollen viel mehr lachen zueinander. Ich glaube, ein Lachen ist frei, umsonst und man kann es eigentlich rausgeben. Aber das kann auch manchmal ein, auf sich schwierig zu sagen, im Leben ein Lachen zu jemand anderem zu geben. Und ich glaube, ein Lachen kann dein Herz öffnen. Und ich glaube, was wir brauchen in unserer Gesellschaft, in unserer Welt, ist viel mehr unser Herz zu öffnen, viel mehr Empathie zu geben zu anderen Leuten. Und deswegen würden wir eine ganz andere Balance bekommen. Meine Werk hier, Five Smiles for You, also fünf Lachen eigentlich, ist fünf, weil da fünf Ballons ist. Das können auch zehn oder zwanzig oder hunderttausend sein. Für mich ist, glaube ich, das, was man gibt zu anderen Leuten, bekommt man auch zurück, viel mehr. Und ich glaube, dass dieses Ballon hier für mich so eine Wundern, man kommt rein von vorne in die Gebäude. Das sieht man vielleicht durch die Fenster, diese schöne offene Fenster, sieht man eine rote Ballon. Da sind kräftige da hängen und dann soll es leuchten. Dann kommt man rein in den Foyer und guckt vielleicht hoch und wundert sie. Die eine Sekunde sagen, komisch, hat jemand seinen Ballon verloren oder war da gerade ein Kindergeburtstag oder was ist das? Aber die wundern sich. Aber die denken vielleicht, wie ist das Gefühl, jemand, wir kennen vielleicht alle oder teilweise, weil man einen Ballon verliert und das schwebt hoch und die Kind wäre traurig oder jemand anderer wäre traurig. Also diese, was ist für eine Geschichte, die man mit sich haben, weil man irgendwas entdeckt. Und ich glaube, dass die Ballon hier könnte wundern, Freude, Geschichten erzählen, das einfach jemand inspirieren. Und wann man dann vielleicht eine kleine Sekunde von seinem Büro rauskommt oder ein Neubesucher kommt und dann plötzlich gucken hoch und sagen, komisch, das ist hier hinten, da hinten drüben, was ist das denn? Und vielleicht denkt man nur kurz und wundert sie und dann geht das Leben weiter. Spiegel spieken ja auch eine große Rolle in deinem Werk. Die Ballons sind auch verspiegelt. Was ist der Grund? Ja, aber der Spiegel ist so, ich würde lieber sagen, meine Kunstwerke sind ein Werkzeug. Ich sehe meine, die meisten Kunstwerke, die machen erst ein Werkzeug für Kommunikation und Dialog. Und die Kunstwerke wie die Ballon oder die Atmoserie wird man installieren, kommt in den Museum, in den öffentlichen Raum, in die Galerie oder hier und da fangt das erstmal an zu kommunikieren. Die verspiegelt sich mit jemand anderem. Du siehst den Raum, du siehst dich selbst in der Ballon, wenn du hochgucken. Aber Spiegel ist für mich auch so eine sehr wichtige Idee. Wir kennen alle Spiegel, aber Spiegel ist auch, traut man sich selbst in Spiegel zu gucken. Und nach meinem neuen Leben, würde ich sagen, und neu Verdi im Leben, vor acht Jahren her, da habe ich so viel in mir selbst in Spiegel geguckt. Ich habe geguckt, wem bin ich eigentlich? Wo bin ich hin? Wo muss ich hin? Oder wo will ich hin in meinem Leben? Und ich glaube, der Spiegel traut sich, viele Leute nicht reinzugucken, weil das ist auch nicht schön, was man da reinguckt. Wir haben alle unser Trauma von Kindheit und so weiter. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man da reinguckt. Weil man einfach diese Sachen aufräumt und begegnet. Und so ist es mit Angst. Jetzt komme ich weiter. Der Angst im Leben ist ja oft, wir werden mehr und mehr ängstlich, weil wir mehr Informationen über alle in der Welt bekommen von nicht schönen Sachen. Und ich glaube, wenn man die Angst begegnet, würde das langsam lösen und unser Leben wird viel freier. Ich glaube, der Spiegel ist ein Teil von dir zu begegnen, aber auch anderen Leuten. Der verspiegelt deine Umgebung und ladet anderen Leuten mit ein. Zum Beispiel, du hochkuckst am Ballon, da siehst du dich selbst, aber du siehst auch andere Leute. Und da vielleicht gibt man Lachen durch den Ballon zu jemand anderem. Vielleicht traut man nicht, die Recht zu machen. Also so glaube ich, dass die Ballon wird so eine Kommunikationsebene hier unten. Vielleicht eine Cafeteria nachher, weil die Leute sagen, ist das Kunst oder nicht? Oder so. Aber das ist ja auch ein Teil von das Ganze, mit diesen Kunstwerken rauszugeben. Zu der Welt und zu euch. So, bestimmt sind jetzt viele Mitarbeiter neugierig geworden, andere Werke von dir zu sehen. Ist denn irgendwas Neues geplant in nächster Zeit? Nächstes Jahr passieren viele Sachen, aber eine von die größten Sachen ist ein Projekt, der heißt Breathe With Me. Das darf ich eigentlich nicht richtig ankündigen, aber das wäre ein Projekt in den USA, in New York, wo ich probiere, die ganze Welt zusammen zu atmen. Das heißt, das wäre ziemlich nahe das her. Ich würde die Leute einladen, ihre Striche zu zeigen und einen Teil von einer Wahrnehmung von Umwelt und von den Global Goals eigentlich, von UN und probiere einfach da irgendwie das so zu einbinden, dass wir uns, unsere Arten viel mehr wahrnehmen. Aber auch, dass wir alle zusammenhängen. Und ich glaube, wenn wir alle zusammen unser Herz viel mehr eröffnen für uns oder gegenüber jemand anderem, dann glaube ich, können wir auch die Welt ändern. Oh, vielen Dank. Das war ein schönes Schlusswort. Viel Erfolg.